Hallo Leute, Willkommen hier zurück. Nun kannst du die Wände streichen. Ich nehm mal die Hand. Und dann gehen wir mal da drauf. Zum Gartenschlauch. Aber das geht nicht weg davon. Da brauche ich bestimmt auch ein Upgrade. Dass der Gartenschlauch zum... Als ob! Nur lang genug dran halten. Ich wollte gerade sagen, dass man ein Upgrade braucht, damit der Gartenschlauch zum Kärcher wird. Mit so richtig Hochdruck. Na gut. Das... Ey. Eine Sekunde... Auf einmal geht das so schnell auch. Na gut. Hätte ich da jetzt eine Sekunde eher losgelassen. Hätte ich das nie rausbekommen, wie das geht. Da hättet ihr mir wieder Tipps geben müssen. Aber ist ja auch okay. Das sollte ihr auch machen. Nur nicht spoilern. Das ist immer doof. Äh. Dem, dem, dem. Ich verstehe nicht, was das hier ist. Dahinter. Dieses... Auf der Map oben der Kreis. So, dann gucken wir mal in die Hütte rein. Ja, logisch. Müssen wir auch noch aufräumen. Ein Bett, ey. Das ist ja mal so richtig... Kacke. Wieso geht denn das nicht weg? Nun kannst du die Wände streichen. Dann mach doch. Dann kaufen wir jetzt halt doch nochmal Farbe. Aber der kriegt hier so ein Frühlingsgras. Der wohnt ja gern hier im Wald. Der orde Hippie. Und dann machen wir hier halt grün rein. Damit er sich auch hier irgendwie wie draußen fühlt. Düm, 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 düm. Oh. Ach ja. Das haben wir ja auch. Das haben sie hier wieder drin, ne? Ja gut. Wieder. Ist ja eigentlich kein neues Spiel. Ist ja nur ein DLC. Was leider Geld kostet. Ich glaube, das haben die am Anfang jetzt auch nicht so gedacht. Und dann haben sie doch ein bisschen länger gebraucht natürlich auch. Es sollte ja Quartal 1 kommen. Wir sind im Quartal 2. Und dann haben sie wahrscheinlich auch entschieden, weil sie doch noch ein bisschen mehr gemacht haben, dass sie das dann für Geld anbieten. Späune! Ne, kann man ja auch verstehen, ne? Und ich meine, 11 Euro oder was das war. Und das ist ja mal was anderes hier. Bum, bum, so. Schön, ne? So, Bett, du musst mal weg. Ich überlege gerade auch, ob ich das vielleicht sogar direkt verkaufe. Wir nehmen anderes. Wobei passt ja eigentlich, ne? Aber wir machen das erstmal so jetzt hier. Ein bisschen putzen. Hätte jetzt auch bestimmt den... Ne, guck, drin habe ich den Kärcher gar nicht. Ich brauche ein und nur ein einziges Schlafzimmer. Hä, aber wieso gibt er da einen Daumen nach unten? Es ist nicht blitzblank. Mach die Augen auf! Wo ist mein normales Weiß? Mann! Weiß! Ihr wisst es, ja? Das wäre natürlich blöd, wenn ich das jetzt nicht mehr beachten würde. Oh. Hat er nicht gemalt, ne? Habe ich den hier in der Ecke erwischt? Da? Ne, guck. Oh, nein, das war da. Hing der da noch? Alter. Ihr habt die Farbe schon verkauft? Was soll das? Okay. Das war das komische... Zitronengrün. Hieß das so? Ne, Frühlingsgras. Das andere. So, muss ich hier die Fenster putzen? Boah, die kann ich gar nicht aufmachen. Kaputt! So, dann gibt es jetzt noch ein Bett. Möbel. Bett denn. Nehmen wir mal sowas hier in dunkel. Ja gut, Muster brauchen wir... Nehmen wir das. Aber... Ja, doch dunkel. Weiß? Ne, weiß nicht. Kaufen. Ist halt kompakt. Und das hätten wir auch machen können, dass das hier... Dass man das einstellen kann, dass es zur Wand matcht halt. Aber okay. So. Ein Tisch und Stuhl. Tische. Einfacher Tisch. So, das sieht doch schon gut aus. Für unseren Outdoor-Camper-Freund. Was auch immer. In Golf. In Golf. Oh, aber die Hütte sieht irgendwie doof aus. Die könnte man doch noch schön machen, oder? Ähm. Hm. Wo war denn das? Ey. Wende. 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 Paneelen. Das soll aber... Ne, ist Wende, ne? Aber Paket Laminat steht dabei. Wo hatten wir denn die coolen... Außen... Warte mal. Wir geben ein Außen... Paket. Außenlampe. Außenlampe. Hohe Außenlampe. Es gibt doch das Weiße. Nein. Es gab doch noch Stein. Da. Dunkler Ziegel. Oder... Das finde ich irgendwie... Cooler. Brauchst du nicht. Komm, wie schnell der das macht. Wir wollen ja nicht sagen, dass hier unser Typ, der Naturfreund, die ganzen Bäume abgeholzt hat, um sich ein Hütchen zu bauen. Könnte man nicht mit irgendeiner Taste... Wie war denn das? Da können wir noch mehr bauen, oder? Okay, kaufe viel ist doch gut. Halt. War doch schon drin. Kaufe viele. So. Zwei. Rest verkaufen wir halt. Boah, hier sind die Bäume im Weg. Bäume. So, jetzt geht's los. Zack. Hä? Ach so. So schnell ist es dann doch nicht. Alles klar. Geil. Das ist ja gut. Wieso habe ich das früher nicht so gemacht? Geht doch richtig schnell so. Also überall die Pakete hinsetzt und dann los. Klicken. Cookie-Klicker. Cookie-Flipper-Kicker. Klicker. Ah, da hat's gespeichert. Oh, gut. Ach so. Nee, über dem Fenster gibt es. Höpp. Höpp. So schnell würde ich auch mal ein Haus bauen. Geht ja nicht. Oh, jetzt habe ich das über das andere gesetzt. Geht auch nicht eigentlich. Einfach so vor allem nicht. Warte mal. Oh. Oh, das ist echt geil. Wäre auch cool, wenn das hier unten so wäre. Aber gut, ne. So ein bisschen muss man ja noch Hand anlegen hier. Oh, was ist denn? Ich bin schon wieder daneben. Oh. Ja. Geil. So, nehmen wir direkt hier mit. Damit wir wenigstens... Ja, genau. Damit wir ein paar Pakete aufbrauchen. Aber egal. Der Rest wird einfach verkauft. Was sieht mein Geld? 700. Okay. Ja, wir haben es gekauft, die Hütte. Dann haben wir für... Also für 26, glaube ich, haben wir es gekauft. Nein. Und dann haben wir natürlich auch hier jetzt ein bisschen dazugeholt. Neu möbliert. Neu gestrichen. Ich glaube mal, dass hier jetzt das Rasenmähen nicht so viel Geld gekostet hat. Halt nur Zeit. Arbeitsaufwand. Oh, da macht der unten nicht so einen Stream rein. So einen Abdruck. Oh. Oh. War das schon hier um die Ecke? Na? Bin ein bisschen zu schnell unterwegs. So. Jetzt noch einfach Wiese hier hin. Da bin ich mal gespannt. Das hat man noch nicht. Noch nicht gemacht. Decken. Alles klar. Ah. Ich nehme erst mal den kleinen. Oh, ist ja niedlich. E? Oh, dein Ernst? Ja. Rollt ewig. Ey, was ist das denn? Na gut. Ich habe ja auch noch eine große Rolle. Aber ey, trotzdem. Das kann doch nicht. Das ist doch nicht der Ernst. Das macht ihr doch nicht. Warte. Geh mal die große. Die richtig große. Nein. Ist das Gras dann auch höher? Das wäre ja beknackt dann. Das sieht irgendwie höher aus, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und hier. Warte mal. Aha. Trick 17. Aber wieso wächst denn er da drunter nicht? Moment. Hä? Hä? Hier sieht man... Das sieht man doch voll. Also jetzt bin ich ein bisschen sprachlos. Warte mal. Vielleicht... Großer Rollrasen. Rollrasen. Vielleicht nehmen wir mal den. Ey, was? Das rollt ja immer mehr Richtung Weg. Oder täuscht das? Ob das täuscht? Da musst du die Teile anheben hier. Die fetten Stein planten und neu setzen. Ey, wieso gibt ihr mir das Spiel nicht vorher zum testen, Leute? Man sieht hier auch noch den... Also drunter dieses... Diesen Untergrund, ne? Ich weiß nicht, was das genau ist. Aber es scheint... Wenn ich jetzt das Licht anmache, sieht man keinen Unterschied mehr. Wie sieht das hier bei dem aus? Hier sieht man es aber. Warte mal. Ja doch, hier ist auch heller Hintergrund. Hier ist so dunkel. Die Zwischenräume. Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt habe ich überhaupt keine Ahnung, wie ich da vorgehen soll, so richtig. Da kann ich auch den wieder nehmen. Das macht dann anscheinend keinen Unterschied. So, warte mal. Äh, da geht es nicht mehr. Und als ob... Guck mal, da habt ihr... Ihr werdet es gleich sehen. Da ist bestimmt dann voll die Lücke. Okay, ist anscheinend doch bündig mit der Hauswand. Die Hauswand. Okay. Ja gut, es wächst. Der ist ja ein Rollrasen, ne? Da muss er erst festwachsen. Vielleicht sieht es dann besser aus. Jetzt ist die Frage, kriegen wir das richtig schön daneben gesetzt? Die Frage, wann er genau daneben dran ist, ne? So würde ich sagen. Roll, 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 Mops. Oh, jetzt kriege ich Hunger. Gibt ja jetzt hier vorne auf dem Supermarkt immer so einen Fischwagen. Oh nein, ne? Das ist ja eine Scheiße, ey. Und irgendwie habe ich das Gefühl, man sieht auch da eine Kante von Weitem. Ja, da irgendwie auch. Da muss ich jetzt theoretisch den Klein nehmen und diese Lücke da so schließen. Äh, weg. Nein. Kann ich hier noch umsetzen. Vor allem, wie lange das dauert. Ja, mit Upgrades wird er dann mehr Speed haben. Kein Problem. Also dann lieber ruhig in den anderen Streifen reinragen. Mit der Lampe erkennt man es nicht, ne? So, ich mache nochmal eine Rolle, um zu gucken, ob ich es raus habe. So eine große, so eine richtig große. So, ich habe vorhin geguckt, da dachte ich so wäre... Okay, jetzt machen wir halt so, dass da einen drüber geht. Oh, der war zu kurz. Fast der Garten selbst. War das zu weit? Mein Gott. Okay, das ist ein bisschen tricky. It's tricky. Oh, den habe ich aber jetzt irgendwie mega schnell dahin gepackt. Gucken wir mal, dass wir das Stück hier noch machen. Und auf der anderen Fläche da drüben mache ich vielleicht einfach einen großen Kiesbereich hin irgendwie. Ich möchte keinen Rasen mehr rollen. Das ist irgendwie richtig komisch gemacht. Oh, jetzt haben wir schon einen bisschen längeren Part hier. Hoi! So, das kriegen wir doch... Ne, ich glaube, reicht auch nicht. Was war das? Warum? Ey, wird das schon wieder dunkler jetzt hier? Irgendwie schon. Es war ja gar nicht richtig hell hier. So, und das Stück noch. Komm, 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 komm. Rollen, rollen, rollen. So, wie schön. Gut, äh, Rest kommt im nächsten Part. Und wie gesagt, das überlege ich einfach mal mit Kies dann. Einfach, weil das dann schneller geht. Und hier ist überall noch so Grasreste, ne? Boah, krass. Wie viel oder wächst das schon wieder nach? Also, wenn es nachwächst, wäre doof. Es ist logisch, dass es nachwachsen muss, aber... Komm, auf Logik gibt es doch sonst eigentlich nicht so viel hier bei den Flipper Games. Weil, wenn du dann anfängst, willst du ja auch, dass es einmal richtig fertig aussieht, ne? Bist du ja wieder nur am Nachmähen hier. Aber ich glaube, das sind einfach meine Fails gewesen, wo übrig geblieben ist. Oh, ich sehe es. Da auch noch. Alter, wie viel? Hier ist überall noch. So, okay, trotzdem. Das war es mit dem Part. Ich danke für das Einschalten. Gib mir einen Daumen nach oben. Für den Mann mit der Kettensäge. Nein, ist keine. Und ja, bewerten nicht vergessen. Abonnieren und Glocke nicht vergessen. Wir sehen uns im nächsten Part. Haut drin, bis dahin. Tschüss.